Hallo und herzlich willkommen Warum sag ich das immer? Ich weiß das nicht Leute, zu Let's Play Minecraft Part X Ich weiß nicht, 80, 8x Oder vielleicht sogar 80, ich weiß nicht Vielleicht auch noch nicht Wir haben einen Gast allerdings Der ist schüchtern Was? Hm? Was? Achso, ich soll reden Ja, ja, ja Wieder krisch krisch aus dem Weihnachtsspeichel Genau, so, ihr fragt euch jetzt erstmal What the fuck geht hier ab? Also, erstmal seht ihr oben schon mal Das Neuerung, ganz geil Minecraft Beta Ist schon mal ein Vorteil, wir sind in der Beta Noch besser ist, ihr seht vor mir Pegasus rumhopsen Sprich, der Horse Mod funktioniert schon mal auf der Beta Auf der aktuellen zumindest, ich weiß nicht Vielleicht ist es in den Tagen dann schon wieder weg Aber momentan funktioniert eben Dann hab ich ein Texture Pack Das nennt sich Mixcraft Sieht ziemlich geil aus Dann hab ich noch einen anderen Mod dran Ihr seht vielleicht an den Schatten, seht ihr das Die sind nicht viereckig, sondern es sind so bestimmte Schatten Der Mod heißt Beta Light und Beta Grass Der ist von Mr. M Das wird alles in der Kommentarbox stehen Die ganzen Mods, die ihr runterladen könnt Und dann haben wir noch oben links oder rechts Die Minimap Die ihr eventuell schon aus dem Let's Play Together kennt Also, Let's Battle Together Ähm, ja Die kann man auch runterladen Man kann dann Auch hier Waypoints eintragen Also hier gibt's dann Waypoints, die man eintragen könnte Und wenn man dann hier so auf die große Map schaut Äh, nicht auf M Wenn ihr dann Z drückt, könnt ihr zum Beispiel hinzoomen Und dann könnt ihr hier auf die große Map schauen Und dann könnt ihr da so ein bisschen Übersicht machen Und genau Das ist so ungefähr das, was jetzt an neuen Mods so herrscht Den Also für alle, die noch fragen Mit den Moe Creatures und so Also es gibt ja noch mehr zum Wildlife Also zum Moe Creatures Mod Also den Wildlife Teil und den Ogre Teil Also Ogre kann ich euch gleich von Anfang an sagen Werde ich nicht nehmen Weil die einfach nur zerstörerisch sind Und einfach nur alles kaputt machen Aber nichts reparieren Und äh, das ist ja völliger Schmarrn Und dann hauen sie dir am Ende noch Paul oder einen Pegasus kaputt Ja Meinem Pegasus heißt Pegasus Das andere Pferd heißt Paul Ja, Paul oder Pegasus Achso, Paul oder Pegasus Ja, genau Ja Und äh, genau Nichtsdestotrotz werden wir natürlich jetzt dann gleich wieder auf normal umschalten Wenn wir hier mal alles ordnungsgemäß mit Fackeln ausgeleuchtet haben Denn vorher hatte ich das Dass hier ein paar Skelette rumgetanzt sind War auch nicht schlimm Denn als die Pegasus gesehen haben Sind sie dann einfach mal von der Plattform runtergesprungen Äh, gut wehgetan Werden sie sich leider weniger haben Weil unten ist Wasser Aber dennoch haben sie, äh, ja blöd geschaut Das, äh, wohl, äh, anzumerken Gut, ansonsten Die Totenköpfe haben ihre Mimik verändert Ja, plötzlich haben sie nicht mehr so gelacht Das dämliche Grinsen geht einem schon aus, wenn man kurz vorm Sterben ist Aber dann hat sich viel überlebt Es ist, äh Die Skelette haben es überlebt Ja, ja, ich denke, also ich meine, das war mir ziemlich egal Weil im Großen und Ganzen habe ich den auf Peaceful geschaltet Und dann hat sie sich die Sache Ähm, ja Wir bauen hier das gerade noch mit Holzkleiden Und das Ganze ein bisschen aus Weil ich ja hier irgendwie was draufbauen will Ein Schloss Ich will das so ähnlich machen wie bei mir Hier auf der alten Let's Play Welt So auf, äh, ihr wisst doch, was ich meine So im Fjerk Und, äh, neben allem dann so einen Stall für meinen Pegasus Damit der auch was zu tun hat, ne? Pegasus hier Da Ne Kommt er jetzt immer noch nicht raus Doch, doch, komm da Das ist ja nur ein, äh, ein Ding Ein Feldhoch Der würde da rein theoretisch rauskommen Aber er Ach ja, stimmt, auf Blöcke kann er hopsen Aber nicht auf die genauso großen Zaunfelder Ja, das ist, äh, sehr komisch, ja Du kommst hier nicht raus, Mann Pegasus, akzeptier's doch Du kannst da schon runterspringen Ich meine, du kannst fliegen Du tust hier eh nicht wie Das andere Pferd würde sterben Auch nicht Weil es ja unten Wasser wäre Aber trotzdem Äh, ja, jetzt haben wir kein Holz mehr Ah, ist schlecht Pegasus Wir müssen los Let's go, Ghostbusters Let's go Fliegst du nicht in die vollfalsche Richtung? Das ist doch wurscht Die müssen nur zu Bäumen Achso Naja, also falls ihr nur wieder mal ein Einhorn seht Nichts Neues Ich werde auch keins fangen Das ist ein derzeitiger Einhorn-Spammer Also es sind so viele Einhörner unterwegs teilweise Also nicht wundern Die sind nicht mehr selten momentan Zumindest nicht bei mir Genau Ansonsten, äh, ja Reden wir doch über was Krisch, Krisch Nee, nicht Krisch, Krisch No Dann nicht ich, Chris Nein Christian Streichen, Krisch, Krisch, Krisch Achso, dann nicht ich, Krisch Genau Äh, dann, 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 dann Boah, ich noch mehr Holz, Holz, Holz Ja, ja Mit euch doch selber Ah, ah, mein Kaupenblasen ging über die Nase Das ist eklig Da kann ich nicht dringend machen, die würden einfach zu groß Ja So, wenn du im Blasen so begabt bist Ha, ha Wieso? Die haben das doch gar nicht so verstanden Wie du? Was musst du denn schon wieder so versaut denken? Krisch Also wirklich Bin enttäuscht Pega, wo bist du, dummes Du bist Du bist Du du doofes Säugetier Ich kann ich nicht mehr mehr Reptil nennen Joshi, kann ich dich nicht nennen, weil du ja Du bist ja kein Reptil Du bist ein Säugetier Mit Flügel Also bist du eigentlich eher ein Vogel Wie war das? Ist Joshi nicht Ist Joshi nicht eher eine Amphibie? Joshi ist ein Drache Oder ein Dino Und Dinos sind auch Amphibien, oder? Ja, oder das Aber zum Beispiel ein Ding In Super Smash Bros. Brawl Ist ein Drache, weil da hat er Flügel Ja Und da Einfach mal schön hier alles auskleiden Mit schönen Fackeln Das auch hier ja nichts spawnt Und dann können wir fast Ja, das sollte ganz mal genug sein Pegasus Du Jetzt will er wieder ausbüchsen, die Sau Das ist doch Zum Mäusemelken Das ist ja wieder Das ist wieder typisch für dich, Pegasus Ja, 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 ja Sieht ihr endlich Ich jetzt hüpfte da gleich wieder raus Ich krieg zu viel Du willst wohl nicht nicht Lass ihn doch einfach tun, was er will Er ist groß und unabhängig Wo sie hin? Achter Ja, er ist schon da Es ist nichts Problem Es ist alles okay soweit Ich schaff da dann wahrscheinlich noch gleich runter, ne? Was man nicht alles hat Ja, es gibt es so super Deswegen leckt man es mal bisher Deswegen hast du gerade in die Leere guckt Und da habe ich gefragt, wo das Pferd ist Und da hast du dich gerade auch umgedreht Achso Ja, ne, noch ist es ja da komischerweise Was mich sehr wundert Also eigentlich wäre er ja normal schon Weiß Gott wo Auf alle Fälle nicht mehr bei mir Weil es wäre ja, ne? Es würde mich ja Das wäre ja gut für mich Aber das braucht er ja nicht, ne? Ähm, wäre schon bei dir bleiben? Ja, schon Das wäre ja völliger Bullshit, ne? Ja, so, sag mir, dass du runtergesprungen bist Na, ach, verdammt Kannst du mal Vielleicht hier lang Oh, das ist aber schön Das hast du aber toll gemacht Pferd Ähm Ja, ich würde es jetzt gerne wieder einsperren Soweit Wir machen einfach mal hier So einen kleinen Zaun Eins, zwei, drei, vier Fünf Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier So Ja So, das muss reichen Bist du zufrieden? Nicht, springst gleich runter Ja, hast recht Hast recht, so Äh, komm mal da Guckst du mal hier Das ist lustig, weil Pegasus 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 ist so doof Naja Pegasus ist zu... Kannst du mich da mal raus? Ja, blockiert ja leider nur Das wieder So typisch, ja So Ja, du kommst da nicht raus Tut mir leid, aber Für so eine Lücke bist du einfach zu blöd Ähm Können wir hier manches schon editen Ja, ähm Ich lasse mal dich aus Ich wollte gerade noch drauf zurück Damals in Herkules Den, äh, 0815 Film von Disney Da war auch Pegasus Und da hat Zeus Wirz damals gesagt Mit dem Herz eines Vogel Und dem... Nein, mit dem Herz eines Pferdes Und dem Hirn eines Vogels Sprich Du bist dumm Du bist dumm Du bist dumm Und kackst aus der Luft raus Du bist dumm 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 Jetzt, ich rede gerade mit, ähm Mit Pixeln Mhm Die man zählen kann Mhm Kranke Sache Aber andererseits auch nicht so schlimm Ähm Ja, wir bräuchten Rock Also ausgeschmolten Stein Haben wir natürlich nicht Wäre ja auch wieder, ne Als hätte ich mal was dabei oder so Ist ja nicht so Äh, ja, aber wir haben ja so ein doofes Pferd Das da fast immer mit uns überall hinreitet Und jetzt crasht da wahrscheinlich noch schön das Game Das mich auch noch schön ärgert Ähm Ja, aber ansonsten macht Minecraft halt Heidenspaß Also Doch, doch, ja Achso, wir wollten ja Monster anmachen Jaja, ist ja langweilig Ja, eigentlich schon, eigentlich schon, aber Gibt's denen ja gar keine Chance zu sparen Ja, ich muss hier unbedingt mal irgendwas anzünden Kannst du mal da runter Das ist diese Scheißtreppe wieder Da Können wir ein bisschen Rock mitnehmen Das wär doch Das ist doch schön Hier haben wir Stone Äh, das war's dann auch Immer mehr will ich ja gar nicht Da müssen wir uns dann fast mal einrichten Da hinten, so Ja, wenn wir dann wieder oben sind Da wo auch ja keine Monster sparen können Da können wir dann hin Weil das Problem ist ja, Monster machen ja vor gar nichts mehr halt Die sparen ja sogar schon an der Äh, auf Baumkronen Aber das ist, äh, die machen vor nichts mehr halt, die Viecher Womöglich würden sie auf deinem Kopf sparen, wenn du nicht so helle wärst Ja, wieso? Da drin ist schön viel Stroh Also Ich hätte, äh, die haben's da ja begeben Gott, bist du blöd Nein, nein, Pegasus, nein Ich brauche einen anderen Namen Wie wär's Wenn du Mich mal dahin lässt, wo ich will So Ähm, Pegasus, naja gut Der Name Pegasus ist ja Ich weiß mal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ja, das ist ungleich, das find ich ungut 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Und 1, 2, 3 Okay, ja, da müssen wir was ändern Und zwar Jaja So ändern wir das vielleicht mal ab Sieht das fast Ähm Das sah aus Ich weiß nicht Miss Peggy Naja, ich, ich weiß nicht Miss Peggy, ne Wie wär's mit Icarus Ähm Bist du so scharf drauf, dass das Viech ersüffelt? Hm? Wieso? Icarus' Flüge sind geschmolzen, als es so nah an der Sonne geflogen ist und ist dann ersoffen Ja, natürlich ist Icarus natürlich nicht optimal Das ist schon, äh Äh, äh, äh Was, 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 was zum Das Äh, äh Oh, ich, ich komm nicht klar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay, 7, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ja, aber ne Ähm Perfektionist Ja, aber da müssten sie ja hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Das kann doch nicht sein! Das macht keinen Sinn Wie kann denn das Das ist doch ein Scherz Schau dir mal die Ecken an Du musst die Ecken mal die Schneedinger zählen Hä? Ja, ich weiß schon Da ist irgendwas falsch Nein, wirklich Doch, doch Ja, ja Das macht doch gar keinen Sinn Müsste doch Rein theoretisch Müsste das doch So sein Oder etwa nicht So macht das doch mehr Sinn Durchaus Ja, durchaus, ne Aber Dann sieht das auch wieder blöd aus Dann ist es da wieder Ähm Ignorieren wir mal die Tatsache Dass das gerade sehr schwaßerlich ist Was du da mit dir selbst gestikulierst Aber Ähm Rein theoretisch Wenn du da ein Haus drauf stellst Meinst du Jemand achtet noch Äh Von Äh Drauf Wie der Rand vom Haus aussieht Ja Ich Gut Wollte ich ja nur wüssten Ja So Jetzt ist es da gleich Hier ist es Auch gleich Da ist es Auch gleich Ja, letzten Endes ist es dann wohl Du hast aber eine Sache vergessen Die Fackeln stehen nicht symmetrisch Dann ist mir doch scheißegal Wo die Fackeln stehen Boah, die sind doch nur damit Es ein bisschen heller wird Hier Wie will ich denn das Wie will ich das eigentlich Ich hab jetzt da Eins, zwei, ja Da ist fast zu klein Es sind sieben, oder? Wenn es jetzt so sechs sind, dann ticke ich voll aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, es sind sieben. Hoch! Gott sei Dank. Das wäre jetzt nicht gegangen, wenn das... So, stimmt das? Nee, natürlich nicht. Wäre... Klar. So ein Scheiß! Ich schreie so rum, es ist zu spät. Man! Es ist, äh, wieder... Moment. Aber es ist doch gleich. Wie kann das jetzt... Nee, nee, da kann ich nicht. Da kann nichts falsch sein. Ob es denn das jetzt... Äh, es sind doch sechs. Ja, nee, klar. Ne? Ja, wir haben schon gesagt, wie nur zehn. Hier sind es... Hier sind sieben, klar, da sind so wieder zehn, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja, zehn, acht, neun. Klar, alles ist selben. Nee, das ist echt zum Kotzen. Das ist doch echt zum Kotzen. Äh, jetzt machen wir es dann so. Dass wir hier so eine schöne äußere Holzschicht haben. Und dann so... Und lang gehen. Und dann hier. Und dann hier. Und dann ist unser dummes Pferd im Weg. Und dann da. Und dann machen wir hier einen Platz frei. Und dann... Was? Wie, wie, wie... Wie bist du da rausgekommen? Wie du sagst, das Viech kommt da raus? Wie bist du da... Geh da wieder rein? Nein, ich will da nicht runter. So, ich hab die Monster mal noch nicht angemacht. Ja, beim Bauensternsinnung. Weißt du was, Pegasus? Fick dich einfach. Was was? Ich würd dich am liebsten töten. Ja? Weißt du was? Du kommst ja auch aus dem Ding nicht raus. Du bist eh viel zu blöd für sowas. Also, weißt du... Es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Okay? Okay? Gut. Äh, ja... Warum nennst du es nicht Dederlos? Eins, zwei... Und dann hier wieder entlang? Groschen. Was, was, was? Warum nennst du es nicht Dederlos? Dann hätte es wenigstens ein großes Werk vollbracht. Wie soll ich es nennen? Dederlos. Da-E-Dalos. Warum? Weil der das Labyrinth auf Kreta gebaut hat. Interessant. Nein, äh, designt hat es gebaut. Ich bin nicht geschichtlich nicht informiert. Also, mit Icarus, das wusste ich gerade noch, dass er irgendwie seine Flügel verbrannt hat. Aber Icarus ist auch das lateinische Wort für Flügel. Ja, und Icarus ist der Sohn von Dederlos. Wie schön. Ich kann lateinisch... Nicht informiert, echt. Wie schön. Ich kann lateinisch. Das muss erwähnt werden. Ja, es ist jetzt blöd mit dem Pferd. Ja, es ist scheiße. Nenn's doch gleich Ventus. Ich nenn's Wendy. Nee, Moment. Ich nenn's Sabrina. Amadeus. Hier kommt gerade irgendwie Bibi und Tina in den Kopf. Ich weiß nicht, wieso. Aber Amadeus und Sabrina. Ich musste wegen dir gerade an klassische Musik denken. Mein Gott. Es tut mir leid, dass du dieses Leid durchleben musstest. Maus kommt drauf an, welche Version von klassischer Musik man hier ist ja gar nicht schlecht. Ja. Ja, ja. In der Tat. Weißt du was? Dummes Pferd. Da kannst du schauen, wie du drüber kommst. Ja, ja da schon noch. Aber dann, dann schaust blöd. Wenn da eine Wand ist und dann, ja... Ja, noch, noch kannst du lachen jetzt, du doofes Pferd. Aber dann, dann, dann komm da mal raus, ja. Du nennst mich doofes Pferd? Ich nenn dich doofes Pferd. Trau dich nur, da runterzuspringen und du bist... Du überlebst das guterweise. Ich geb dir den Tipp, dass Fiech nicht so leicht für dich springen zu lassen, wenn du schon jedes Mal einen Backup machst. Hä? Na, wenn du jedes Mal einen Backup machst, damit du das Fiech nicht verlierst und dann runterspringt und verreckt. Äh, ja. Du weißt, dass das Ding Flügel hat. Mhm, und deswegen vom Wasser wegfliegen kann und dann fällt. Nein, es hat immer noch Flügel. Verstehst du das nicht, oder? Dieses Fiech hat Flügel. Das heißt, es gleitet ganz sanft zum Boden. Und wenn es dann im Wasser ist, dann ist es halt im Wasser. Das ist mir doch wurscht, Pferde können auch schwimmen. Oder auch nicht. Ähm. Können Pferde eigentlich schwimmen? Bin ich mir nicht sicher, wenn sie es lernen, bestimmt. Ich weiß nicht. Na, 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 ich raus. Ich kaufe was. Flieg zur Seite. Geh mir doch mal aus dem Weg, dummes Tier. Sollten wir nicht eine Axt bauen. So, da kommst du schon mal nicht mehr raus. Ja, 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 ja. Du hast doch eine Axt. Ja, ja. Ich meine, wenn du das wie aus Dusseligkeit wie jetzt zu Hause liegen gelassen hast, das ist was anderes. Naja, nee, also, naja, ja, also, naja, also. Ja, da müssen wir jetzt auch wieder zwei Löcher machen, weil, muss ja symmetrisch sein alles, ne, klar. Ja, so, ja, du, äh, gleich mal, nee, hier nicht. Äh, gleich mal hier. Und dann machen wir gleich mal hier die Steine noch eins höher in der Richtung. Und dann schaust du gleich mal viel blöder, wie du da rauskommen willst. Das will ich jetzt mal sehen. Mhm, darf ich dir einen Tipp geben, dass du da gerade zwei, äh, dingsgroßen Eingang gemacht hast? Ja, hm, das weiß ich doch, aber so intelligent ist es, wie ich nicht, dass du die... Na, komm, traust du dich hier durch, hä, traust du dich hier durch? Tust du eh nicht, sag ich doch, viel zu blöd dafür. Ich hab noch nicht mal Türen. Ich hab noch nicht mal eine Workbench her. Das ist echt zum Kotzen. Doch, weil Dr. Christian ja dran gedacht hat, dir zu sagen, dass du eine mitnehmen sollst, hast du eine und du hast sogar eine Tür. Ja, aber die hätte ich mir auch noch selber craften können. Was mach ich denn jetzt? Ja, eine, aber nicht beide. Und ich brauch noch für den Eingang zwei Türen. Und ich brauch eine Axt. Und dafür brauch ich wieder eine Workbench. Und Cobblestone. Aber den Cobblestone musstest du mir nicht sagen, dass ich mitnehmen soll. Jetzt fühle ich mich stolz. Und ich mache gerade unnötig Sticks, weil ich hab ja nicht noch welche oder so. Na gut, kein Kaugummi ist am Mikro hängen geblieben. Ja, sehr lecker, diese Gesprächsthemen. Ja, kann ich ja nichts machen. Mir ist langweilig, dann mach ich eine Kaugummi-Blase und dann passiert sowas. Da schau, es kommt hier nicht durch. Kann sich's noch so anstrengen, es kommt hier nicht durch. Du stehst ja auch im Weg. Es läuft gegen die Wand. Wenn es so intelligent ist und gegen die Wand läuft, da kann ich doch nichts dafür. Immerhin läuft es. Nee, nicht mal, dass es springt. Komm da nochmal raus, du Pferd. Pack dir mal einen Schalter davor, dann kommst du auch von selber durch. Pack dir da einfach einen Trittschalter vor. Mach ich dann auch. Keine Angst, mach ich schon noch. Wo wollte ich jetzt? Ich wollte Axt, hab ich. Dann machen wir ganz kurz so. Du hast doch eine Axt. Ja, aber mit der Axt geht das Zeun abbauen nicht unbedingt schneller. Du kommst hier nicht raus, Mann. Willst du es nicht verstehen? Du bist hier eingesperrt. Du musst hier... Versauern? Versauern. Kommt gut hin. So. Ach, shit. Ich hätte doch nochmal vor der Aufnahme aufs Klo gehen sollen. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ja, ja. Sag mal, was willst du? Du kommst hier nicht raus. Das ist wieder Halluzinationen. Das ist... Ja, ganz klar. Aber ich muss sagen, ihr könnt auch in die Kommentare mal schreiben. Dann habt ihr irgendwas zum Schreiben. Wenn ihr wirklich nichts findet. Und ich ja sowieso total gerne eure Kommentare lese. Weil ich das immer toll finde, wenn ich irgendwie Feedback kriege. Ihr könnt da gerne reinschreiben, wie euch der Mod so gefällt. Ob das gut ist, wenn ich diese Mods verwende. Ob euch das stört und all sowas. Oder auch wie dumm Christian ist und so. Alles, alles. Könnt ihr alles reinschreiben. Ja. Aber ich freue mich, wie gesagt, auf irgendwelches Feedback. Das irgendwo von irgendwelchen Seiten kommt. Freue ich mich immer natürlich. Ist ganz klar. Mein Bär freut sich nicht. Sei mal ehrlich. Ich denke auch, größere Lesplayer freuen sich immer noch über ihr Feedback. Also das ist... Ich rede gerade hier völligen Stuss zusammen. Also... Wie gesagt, es ist schön, dass du auf mir reiten willst. Ja, Moment. Nein, du gehst da nicht raus. Auf mir will niemand reiten. Das kam jetzt wieder pervers rüber. Für alle Leute, die mitdenken. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist auch wieder schön. Sollst du dann langsam wieder ein Backup machen. Sonst sagt die Welt Ade und ich darf den ganzen Schmarrn nochmal machen. Wollen wir ja auch nicht. Bauen wir jetzt schnell den Zaun fertig. Dann machen wir kurz einen Aufnahmestopp. Kurz. Und dann machen wir Backup und dann ist er wieder da. So. Und jetzt kommt er nochmal raus, Pferd. So. Also Leute, wir machen hier einen ganz kurzen Stopp. Aufnahmestopp, Pause, Dingsbums und sind dann gleich wieder da. Dann. Und jetzt kommt er gerade da.